Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia the Dying Descent. Und wir spielen weiter und probieren jetzt das mit dem Strom aus. Obwohl mich vorher noch was anderes eigentlich interessieren würde, aber... Gut, Strom, Strom, Strom. Jetzt guck ich erstmal... Ein Sturztrümmer für Hinder in beiden Durchkommen im Lagerraum. Ich muss nochmal in den Lagerraum. Oh nein, ich will nicht nochmal in den. Okay, Leute, wir gehen erst in den Lagerraum zurück. Bevor wir hier weiter rumrätseln. Das hat dann anscheinend doch noch keinen Sinn. Vielleicht sollte ich erst eine Aufgabe beenden, bevor ich mit einer anderen anfange. Er durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierung und zählte. Neun verschiedene Könige aus ganz Europa wurden mit einer Kugel in ihrer Hand dargestellt. Diese Texträume hatten wir schon mal. Daran erinnere ich mich. Und da sind Lootspuren, denen wir folgen sollen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Runnen. Nicht hingucken. Ist nochmal da runter. Okay, wir sollen uns einen Weg durch das Geröll machen. Aber ich war so froh, nicht mehr im Lagerraum zu sein. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizierschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Berührungsmitteln, die er finden konnte. Ich mag den Lagerraum nicht, denn ich will so viel an wissen. Er ist so dunkel. Er ist so dunkel. Einfach nur dunkel. War die Geröll-Lawine nicht hier irgendwo? Da oben. Ja, ich weiß. Wie komm ich denn da hin? Maschinentag. Klar muss ich da nochmal hin. Lässt sich nicht bewegen. Ich komm da durch. Oder auch nicht. Hm, verdammt. Okay. Vielleicht hier lang. Auch wenn ich hier lang nicht behaglich finde. Wer kennt meine Einstellung zu hier lang? Horror-Spiele sind gruselig. Ich hab Waffen. Ich mach Krach. Super. Ich glaub, Krach bringt mich auch nicht weiter. Ich glaub, ich hab so viel Angst zu sehen, dass wirklich jede Kerze an die ich sehe, ne? Nur leichte Kopfschmerzen, ne? Und da kam ich, oder? Bis da war kein Weg, aber da auch nicht. Hör auf, so zu weinen, Frau. Bitte. Ich bitte dich inständig. Du machst mir Angst. Das Licht, Gott sei Dank. Hier ist Licht. Ähm, verdammt. Wie komm ich hier durch? Oh, ich bin so dumm. Ich bin so scheißen dumm, Leute. Entschuldigung. Ich beleidige aber gerade keinen Spielcharakter. Ich beleidige einfach nur mich selbst, weil ich bin wirklich so dumm. Das hätte mir auch früher in den Sinn kommen können. Eben, das klappt, ne? Ja, dann ist aber was los. Wenn das klappt, ne? Dann, oh. Die mich als dümmsten Idioten der Welt bezeichnen. Ich probiere jetzt was sehr unvernünschiges aus. Also, ich höre jetzt nicht auf. Keine Angst. Ich möchte nur speichern. Nein, wir trinken das alle. So, Dreck. Oh, es ist kalt im Moment. Kalt. Und viel gefrieren. Wo, wo, wo? Wie soll ich die denn durchführen? Ist das weit genug? Hier, wie soll ich denn das anstellen? Hm? Das kann mir keine schlaue Taste zeigen. Ich renne gerade durchs Dunkeln. Aber ich finde den Weg. Weil ich's kann. So, ich wies jetzt etwas her. Kannst du? Hä? Wie soll das denn gehen? Ich verstehe nicht, wie... Aber dann kann ich das doch gar nicht mehr aktivieren, hä? Ich verstehe nicht. Wie soll ich das denn aktivieren? Ähm... Pfff... Hm? Äh... Ja, jetzt bin ich überfragt. Ähm... Moment. Wie kann ich das denn aktivieren? Oh, halt die Klappe, bitte. So, ich brauche jetzt mal ein Ruhelicht. Ich habe eine Idee. Scheint nicht zu klappen. Ich habe Idee Nummer zwei. Warum reagiert das nicht? Ich hau das gleich da drauf. Pass auf. Äh! Oh, nein! Es hätte auch schief gehen können. Ich bin so blöd. Echt. Ziffern mir ins Gehirn. Oh, Mann. Scheiße. Wie wagemutig ich einfach bin. Hier und wir mal mit dem Fass auf was Hochexplosives. Das könnte ja nicht schaden, ne? Ach, da ist nichts drin. Schade. Ich dachte, da wäre was drin. Ah, wie ich es hasse nichts zu sehen. Ich hasse es jetzt nicht in meinen Taschen. Ich habe jetzt schon wieder so. Da ich sie nicht verbrauchen muss. Aber ich sehe... Wir sollen dieser Frau anscheinend nicht zu nahe kommen. Sie mag uns anscheinend nicht. Das könnte ich verstehen. Gehst du zu... Gehst du zu... Gehst du zu Tür, habe ich gesagt. Zünderboxe. Kann ich hier aufmachen? Nein. Ach, warum kann ich hier keine Kiste aufmachen? Das ist doch deprimierend. Ich hätte gern Kisten mit den Halt. Nein. Vor allem hätte ich gern wieder ein bisschen Öl. Ich liebe Öl. Wirklich. Ja. Ja, damit fühle ich mich auch zufrieden. Ja, komm. Geh da rein. Oh, Essen. Verschimmeltes Essen. Yum, yum. Oh, nicht ganz bewegen. Yum, 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 yum. Das hinterlässt ja einen guten Eindruck, wenn hier überall verschimmelt ist und sonst was rumliegt. Oh, mein... Wo ist das? Wo ist der? Oh, mein Gott! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es... Steh auf, du Depp! Habt ihr es gesehen? Oh, mein Gott! Habt ihr es gesehen? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, ich hab... Haha! Hey, die beschissene Tür, mach sie zu! Oh, was? Oh, Gott! Wenn der jetzt kommt, hab ich geschissen. Wie ich mich da erschrocken habe gerade. Oh, Gott! Oh, Gott, Moment! Ich muss die Koffe mal beim Schreck erholen. Oh, mein Gott! Scheiße! Entschuldigung! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Du spielst... Horror! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich hab so Angst! Ich hab mich verlorlich jetzt verbrauch! Ich hab Angst! 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 Beziehung, sowas wie das herren? Haha, wie, wie viel ich bin?! Oh, mein Gott, wie meinst! Ich will da einfach reingucken! Ich weine gleich! Ich find das äußerst unschön! Bitte ich hab Angst! Dreck! Okay, Leute! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ich muss mich ein bisschen beruhigen! Bis denn! Ciao!